Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde SkyFamily. Letzter Tag, heute in der Woche. Denkt dran, heute könnt ihr das letzte Mal abstimmen für das Voting. Und wir gehen direkt auf den Server. Ich hab nämlich noch einiges zu tun. So, und schon sieht das Ganze auch schon viel besser aus. Ich hab den Fehler jedenfalls gefunden. Jedenfalls wirkt er für mich so, als ob ich ihn gefunden hätte. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich war dabei stehen geblieben, die Kühe umzuschlachten. Wie schönes Leder. Ich fliege ans Leder. Nein, Pox, nicht dir. Den Kühen. Oh! Na komm, näher, komm. Ernsthaft? Sowas billigste bekomm ich. Toll. Äh, itzi pizzi spider. Na komm. Ah, die Moppharm ist auch nicht mehr so effektiv, wie sie vorher war. Ich glaub, die haben die Intelligenz der Kreaturen hochgeschraubt. Ähm. Hab ich noch. Der ist auch schon wieder gewachsen. Das war mal ganz kurz vom Server und schon weg. So ein riesengroßer Baum. So, lalala. Ich hab jetzt Bock zu wachsen. Ich will jetzt wachsen. So, ähm... So. Ja, wunderbar. Auch gut. Eins, zwei, drei. Ah, genau. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie waren noch mal Bücher. Ob ich ein Bücherregal machen kann. Ich hab hier irgendwo Papier drin. Da. So, gucken wir mal. Wie waren jetzt Bücher? Ich glaube, man brauchte... ...eine Seite so. Und... ...eine... Nein. 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 Oder war es so? Auch nein. 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 Hä? Was? Wieso nicht? Wieso nicht? Ah! Oh, das ist ja dann doch nochmal simpler. Dann machen wir es nämlich so. So, dann haben wir nämlich schon mal ein paar Bücher. Und dann ging das... Äh... Wie war denn das dann? Ich glaube, das war dann so, so und... So. So, das gehen wir doch dann... Hä? Hä? Nein. Hm. So, ich hoffe, das wird dem Dachs jetzt gefallen, dass ich ihm die gebe. Möchte eigentlich für mich selber haben am liebsten, aber gut, okay. Ne? Was macht man nicht alles für den Kollegen? Für den Kollegen macht man doch alles, ja. That's the deal, baby. Oh, er hat sogar schon selber Bücher hergestellt. Deswegen. Ich durfte doch... Ich durfte doch... Ich darf zwar, aber... Ne, ich mach's jetzt nicht. Ne, ich hab... Ich hab noch keine... Das ist ein Ei. Das war doch bestimmt wieder der Box, der da wieder Unfug getrieben hat. Ne, Box? Was du das? Dann sag das doch mal. La, 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 la. Ich brauch Cobblestone. Ah, gleich ist kaputt. Ich wusste es. So. Wie gesagt, jetzt brauch ich erstmal Cobblestone. Beim letzten Mal Holz, diesmal Cobblestone. Ja, wir müssen eigentlich das nächste PvP-Event planen, fällt mir gerade ein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch eins wollt. Wenn ja, dann setze ich noch kurz vor Weihnachten eins an. Ja, eigentlich ja, ne? Dezember, ne? Doch, macht Sinn. Macht Sinn. Ja, ich setze nochmal eins an. Einmal im Monat wollten wir ja eins machen. Und dann werden aber auch die Votings dann immer nur noch... Einmal im Monat, sei nicht mehr wöchentlich. Wir müssen dann nämlich ein bisschen runterschrauben, was die Votings angehen. Das sollte erstmal reichen, um da ein bisschen mit was zu machen. Ich brauche immer noch Knochen. Sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen. So. 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 Na, da habe ich auch noch was vor, was ganz riskantes. Äh. Genau. Aha, das ist ja saudunkel. Da muss ich mich nämlich auch nochmal kümmern. Drum kümmern. Ne, jetzt ernsthaft? Da komme ich so gar nicht... Ah doch, so komme ich ran. Danke. Hallo. Achso, das ist eine Fackel. Gut, das wird dann natürlich nichts. So, wunderbar. Jetzt muss ich hier. Eins, zwei. Drei. Klar, hier muss ich auch noch ein bisschen was machen. Ne, hier muss ich noch hin. Auf die Ecken. Werd ich aber euch irgendwann nochmal erklären, warum. Das habe ich hier doch bestimmt ja genau. So, hier ein bisschen rein. Dann hier ein paar Fackeln. So, genau. Die Fackeln machen wir dann mal da hin. Probensetzen wir euch auch. So, die können weg. Ja. Genau, so ist es wieder schön. Das ist sowas von dunkel hier. Dass hier noch keine Monster drin gespawnt sind, ist echt ein Wunder. Mhm. Die richtige Platzierung der Fackeln mache ich irgendwann mal. Auf den Treppen kann kein Monster spawnen. Hier auch nicht, hier unten. So. So, okay, gut. Das passt. Sollen wir das schon mal safe? Ähm. Ich brauche weiter einen Cobblestone. Geht ja nicht anders. Aber ich brauche auch. Warte, ihr Hühner. Er schreckt mich nicht so. Ich brauche auch Knochenstoppen. Der droppt irgendwie nicht. Weil keine Skelette. Ja, guck mal. Nur ein Zombie. Irgendwas fehlt in der Mitte. Pfi. Böser Creeper. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich ja im Nether was regeln. Ich habe eine Kartoffel. Ich habe eine Kartoffel bekommen. Das ist etwas, das muss zelebriert werden. Also eigentlich richtig zelebriert. Ich mache es gerade noch nicht. Ich brauche erst mal dafür. Mama Kartoffel ist die größte. Können wir jetzt auch Ofenkartoffeln machen, ne? Hat auch natürlich einen gewissen Reiz und Wert. So. So, so, so. Und so. Haben wir hier noch die Ho. Heidi, Heidi, Ho. Man kann das Feld nämlich komplett weg mit den Kürbissen. Selbst wenn es eine schöne Ergänzung ist. Aber. Boah, Alter. Hier bei den Hühnern, da fängt das an. Da fängt das an zu lecken. Wow. Das leckt bei den Hühnern wie am... Ach, egal. Also da müssten wir echt nochmal, ähm... Eine krasse Hühnerkur machen. Oh, beim Danger sind mittlerweile die Bäume gewachsen und ich sollte mal schlafen gehen. So, ich werde jetzt meine Sachen mal ganz kurz, äh, gleich in eine Kiste packen, die ich mir bei mir aufstellen werde. Ich hoffe, die Zeit habe ich noch. Ja, gut. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Sehr schnell mal da hin. Oh, da. Oh, oh, oh. Toll. Mini-Tombieb. Eine Zambles. So, darf ich eine Kiste? Zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack-zack- Jetzt hab ich mal das draußen, der Oh, nee, ne? Ernsthaft? Oh, komm ich da nicht rüber, weil Bullshit, ne? Ja, weil Bullshit, ich glaub's ja nicht Oh, Pax Alter, wie die Eier hier zum Laggen bringen Ist hier aber echt noch keiner, das irgendwie gemacht hat Hopp mal, jetzt machen wir den Pikman Nix da Schade Gut Kennt ihr den Film, der Weg war umsonst? Ja, der war umsonst So Und zurück Und einen weiten Bogen um die Eier machen Alter, Leute, ich glaub, ihr habt das mit den Eiern so ganz klitz, 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 kleines bisschen übertrieben Also, so, meine Meinung, ne? Oh, hier ist ein Zombie gestorben Na, von wem war der denn wohl, hm? Dax Oh, komm Hm Haben die Angst, da ins Wasser zu fallen, oder was ist los? Au Wow, jetzt kommen sie aber Wow Na, komm, ich jetzt erst mal was Ach, die wurden von den Spinnen blockiert Toll Wieder nur irgendeine Creeper-Kacke und so weiter Ach, Mann Gut, ähm Ich würde sagen, damit haben wir doch schon wieder einiges geschafft Ich hoffe, dass die Leute auf die Kartoffel aufpassen Und sie nicht wundern Ich bin mal neugierig, was wieder bei den anderen in der Folge passiert Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Trohut rein Tschü tschü Tschüss.